Das ist ein Punkt unserer Ehrendelegation, wo wir hier auf dem Mannhochplatz halb machen. Es ist ein grossartiger Tag, am Morgen hat schon angefangen durch all diese Plätze. Die Leute sind begeistert, weil sie hier endlich mal wieder im Gegensatz zu diesen Massenprodukten ein Produkt können testen, grüssen, anschauen und selber erfahren, wie es wächst und wie es gepflegt und gehackt werden muss. Ich darf hier beim letzten Interview rummachen ganz herzlich willkommen.